Oh ja das sieht gut aus. Oh ich Idiot. Das war so in die Windows-Taste gedrückt. Ich bin einfach gegen eine Wand gelaufen. Sind alle da? Alle hier? Ja. Sind aber kriegeköpfe. Oh ich brauch Snacks, unbedingt. Ich hab noch Snacks, aber ich kann die halt nicht abgeben. Oh shit. Ah ja dann verhungle ich. Ne Anna, ich kann dir die geben. Anna! Anna, ich kann dir welche geben. Was geht hier ab, Mann? Wie sind die so viele? Äh, wie mach ich das nochmal? Das war doch nicht mal ein Boss-Fight. Der End-Boss-Fight eben, ey. Wie viel... Kann man mehrere drauflegen? Ne ne, nur eine. Der Einer reicht, alles gut. Hier. Ich hab so viel Müll in meinem Haus. Brauchst du auch was zu trinken? Bleer trinken hab ich. Victor nimmt so Gamecube-Pad mit und hat kriegen für die Wii-Mode. Hier ist ein... Ne, der ist umgekippt, der geht nicht. Ja, schade. Der hat ein Kreuz in seinen Mund gesteckt bekommen. Das wär... Hier. Ach so, ich hab mich da gerade aufgeregt. Ich hab mal aufsetzen, genau aufzuhören. Mein Kreuzkapper. Ich hab eine Sitzprobe machen, ja. Äh, ups. Okay, wir müssen zu Anna, glaub ich. Alles gut, lasst euch Zeit. Okay. Was ist das für Leichenbierge sind? Na, ist so. Hier ist auch irgendwie Scheiß an der Decke oder so. Hier ist ein... Islaup. Er hat hier... Irgendjemand hat hier komplett... Alles voll geschissen. So sieht das immer auf dem Hurricane Festival aus, wenn's vorbei ist. Hdmi, der muss umstellen, sein Monitor. Ah, ja. Warte, dann helfen wir doch mal. Da gibt's doch bestimmt Tutorial-Video von Top City. Oh, ii, guck mal, da ist die Bohrmaschine in dem Kopf, ey. Okay, ich glaube, da helfen auch die ganzen Kreuze nichts mehr. Erstmal einen trinken. Ja, ne? Erstmal darauf einen trinken. Erstmal einen Kitten. Oh, da gibt's einen Kaffee, oder? Mhm. Ist hier noch Wasser? Ja, Kaffee. Geil. Okay, Anna ist schon weiter auf jeden Fall. Ja. Ab in den Schlund. Okay. Okay. Okay, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Wir wissen, Tim, wir retten. Hä? Ja, da ist euch der Junge. Ja, ich... Wir hängen hier gerade alle fest. Ja, wo? Manchmal so hakelig. Ja. Warte. Leute auf die anderen. Ha. Okay. Alle da? Alle da? Ich glaub schon, ja. Ich glaub schon, ja. Topsi will immer noch tauchen. Fahrstuhl? Alle in den Fahrstuhl. Alle in den Fahrstuhl. Ach, der liegt her, Mann. Okay, Topsi ist noch reinziehen. Topsi ist noch reinziehen. Topsi ist noch nicht drin. Doch. Der wird beschwende. Bist du drin? Ja. Alle drin? Ja. Du siehst ja cool aus, Victor. Du hast dein Gesicht weiß angemalt, oder? Ich hab keine Ahnung, wie ich aussehe. Kann ich irgendwie die Perspektive ändern? Wie einfach unsere ganze Rüstung weg ist, ne? Was? Das ist ein chilliger Pulli, ey. Kann ich auch kennenlernen. Dankeschön. Oh. 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 Was? Wie geil ist das denn? Hammer Ausblick. Sind wir nach oben gefahren? Was? Ja, wo denn sonst hin? Nach unten im Keller. Hast du dein... Ich hab mir gedacht, dass wir noch tiefer in die Hölle gehen. Du hast... Das ist cool. Ja. Oh, ja. Mach mal Victor Muten alle. Sieht aus wie so ein Grafikfehler. Out of area so. Ja. Out of bounds. Boah, aber richtig schön. Oh ne, das sieht wieder gefährlich hier aus. Damit hab ich null gerechnet. Ach, das war dieser Ort von dem Video. Vor allem sind wir in Dead Space oder so. Das war der Ort von dem Video. Nicht E drücken. Ey. Oh. Nichts drücken. Nichts drücken. Okay, sorry, sorry. Armer Böse. Ach so, ich soll auch nichts drücken. Also, hört mal zu. Kein E drücken. Ne, auch nicht. Hört mal zu. Hört mal zu. Hört mal zu. Hört mal zu. Timmy ist tot. Ja. 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 Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, ist ein anderes Kind, das noch lebt. Es ist so laut hier. Ja. Und hier, über die Insel, fliegt grad ein Flugzeug. Oh nein, und dann müssen wir das abschießen. Und wir können das Flugzeug abschließen. Es ist abschätzt. Deswegen sind wir abgestürzt, weil Meghans Vater Timmy geholt hat, um Megan zu retten. What? Oh, Teufelskreis. Ja, los. Das machen wir auch. Stopp, 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 stopp. Das machen wir auch. Wir können uns entscheiden, das Flugzeug abzuschießen, oder wir können hier entscheiden, das Ding abzuschalten und die Menschen leben zu lassen. Okay. Das ist eure Entscheidung. Da sind wir uns ja wohl einig. Ähm, wenn wir das Flugzeug abschießen, wenn wir das Flugzeug abschießen, dann müssen wir da wahrscheinlich auch hin und die Mensch, die, ne? Deswegen sind wir ja rot angemalt. Aber... Wenn wir das nicht abschießen, dann stirbt Timmy. Hä? Aber... Voll die dumme Strategie. Woher wissen wir, dass das Kind nicht stirbt beim Absturz? Ja. Also ich liebe mein Kind, aber... Da steht ja auch drauf. Steht es da nicht auch drauf? Wer da drin sitzt? Ist es das wert? Ja, Sally. Sally, Kevin und Thomas. Age 4, Age 9 und Age irgendwas. Nein, ich meine, eigentlich stirbt jeder bei einem Absturz oder so. Ja, weil die haben da so Müll, dass das so abstürzt, dass die da leben. Genau. Also ich habe gesagt, das ist eure Entscheidung. Das ist ein Gummiball. Also Leute, was sagt ihr? Wer ist für? Wer ist... Das spannende Ende ist eigentlich, wenn wir das Flugzeug abschießen. Fuck. Abschießen, abschießen. Abschießen, abschießen. Was war die Option, wenn wir es nicht tun? Dann schalten wir... Alles abschießen. Ja, aber das ist ja langweilig. Hier kannst du es nicht abschießen. Hier kannst du es nicht abschießen. Ja, also... Wenn ich jetzt in echt wäre, würde ich es abschießen. Entweder bist du so egoistisch oder du bist ein guter Typ. Ich glaube, in diesem Moment sollten wir so egoistisch sein, weil wir jetzt auch an uns denken und an die Story, oder? Die dunkle Seite. Genau, die dunkle Seite der Macht. Okay, alle Team Sith? Team Sith. Okay. Team Sith. Team Sith. Da habe ich es weitergehalten. Ja, okay. Dann machen wir... Abschießen. Abschießen. Drückt jemand? Echt? Wenn jetzt einer sagt, ich will, dann geht das hier nicht weiter. Okay, wir sind alle für Abschießen, richtig? Drück. Okay. Ja, ich drück. Ja, guck mir doch mal Timmy das Bild an. So hüpft es das Kind eigentlich nicht. Oh. Habt ihr jetzt eh gedrückt? Ich habe eh gedrückt. Ich kann auch noch eh drücken. Ach so, wir können alle abstimmen, okay. Ihr müsst alle drücken. Ah, okay. Ich habe auch gedrückt. Ich auch. Ach so, wir sind alle? Ja. Sorry. Ich dachte, Anna ist jetzt dagegen. Oh, ich wurde so zur Seite geschubst, dass es meins nicht mehr zählt. 2 von 6, 3 von 6, 4 von 6. 3 von 6. 3 von 6. 3 Stück fehlen auch. Hä, bei mir steht gar nicht wie viele. Auch da unten. 4 von 6. Die Ego ist. Los, es fehlen noch 2. Wer fehlt noch? Äh, jetzt sind es noch 3. Ich schon wieder? 4, 5, 6 jetzt. Du bist wieder im Schlaf. Ja. Oh, ich stehe jetzt direkt davon mit dem Feuerzeug. Ach, Cutscene. Ja. Ja. Sorry, Thomas, Kevin und Sally. Aktivieren müssen wir nochmal drücken, oder? Piu, 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 piu. Nein, wir haben erstmal nur abgestimmt. Da geht's active. Yeah. Boah, das ist ja ein richtiger Todesstern hier. Piu. Piu. Alter. Piu. Alter. Ja, Mann. Piu. 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 Über Wunders più. Piu. P au più detino, come la effetti. Piu. 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 Hast du mitbekommen, Nester? Ja. Hat der bei euch auch zu gucken? Ja. Das wird bestimmt gleich witzig. Oh mein Gott, er muss hören. Aber zum Glück haben wir unsere Axt dabei. Ja. Ich hab meine Katana. Normalerweise der Zuck? Soll er von sein? Ja, er wird gleich durch. Er wird gleich ausfassen. Zu viel Zucker. Wie, warum ist Sven-Ever am harten im Stream? Das mag ich gar nicht. Sorry fürs laggen gerade, Leute. Ich hab keine Ahnung. Das ist gerade nur im Stream so. In dem Spiel ist das normal. Oh mein, das ist heiß. Ich hab meine Ahnung. Ich hab meine Ahnung. Oh, wie das? Oh, wie das? Hier geht's! Okay. Oh-oh. Oh-oh. Oh nein! Ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, ja, ja. Ja, genau das, was ich dachte. Das wird spaßig. Ja, genau dasselbe, was Mecken passiert. Ja. Also ein Jahr dickster Lebensunterwartung. Das Knoblauchwurst, willst du das noch essen? Kann ich machen, ja. Weil sonst esse ich das. Ja, iss, iss, iss. Nein. Jo, hol rein. Danke. Oh nein. Crazy. Jo. Deswegen gibt's ja auch für Son of Forest. Jetzt hat's mal Forest direkt durchgezockt. Das geht. Danke, Anna. Danke, Anna. Oh, wir sind noch nicht fertig. Aha. Ich dusch noch. Ach, crazy. Hier sind ein paar Kleidungsberge und ein paar Minikaminoe. Ach, so seh ich aus. Ach, hier sind's größer. Ich merkwürdig, das ist auf einmal so leck bei mir. Oh man. Ach, so wie er ist. Ach, so wie er ist. Alles normal, ehkwürdig. Was? Jobe? oh mein gawd crazy shit man crazy shit crazy crazy creepy mega cool gemacht gg leute band night nicht verkehrt gemacht gute arbeit aber die ganzen einige zu finden ohne youtube, da haste aber richtig Spaß auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall egal allein oder zweifest ich glaube da bist du die ganze Zeit dabei den Endbox zu ziehen ja glaube ich auch ja den anderen wiederbeleben und boah du musst doch ordentlich wegrennen aus dem Wichser hier Abendbereich für den Idiot wenn er sich kreiselt ich glaube da kann sich gut das erzählen aber weniger ist wohl schwierig ja wir waren ja eigentlich auch schon noch zu dir aufgerissen ne ja wollen wir aber auch ordentlich Mollies reingeschmissen also es war echt ein geiler Tipp topsy dass du da ja danke richtig geil ja mega richtig fettes Spiel das ist echt nice aber klar ja Jana verdammt wer hat das gesagt das haben wir mal gesehen das ist ja ganz cool das ist ja ganz cool da geguckt und dann denk oh ah was passiert denn da noch alles und jetzt nach nach jetzt wo wir es durch haben können wir nochmal weiter zocken da oder wie ja ja dann spiel noch weiter gehen ok ja schon krass nächstes spiel rust ich kenn viele die haben dann in einem jahr nicht mehr gespielt und haben sie wieder angefangen oder nicht was ist rust naja sie hat ja auch schon lange und rust ist auch nichts für bevel game ja ja das war halb toni grad nächstes spiel rust ich würd das gern einfach nur überspringen das ist doch ja aber was auch cool ist mit green hell naja green hell mag ich nicht so du hast keine story die story ist gut die story ist geil bei green hell die story ist geil bei green hell ja aber das geht nur alleine ja das stimmt das ist ein glatt ey naja das ist Glück bei green hell dass man nur alleine machen kann die story aber wir sollten auf jeden Fall also wenn ich das spiel noch weiter spielen und dann nachher nochmal irgendwann das Alternative der Ende machen ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall was? wir haben ja einen Speicherstand oder nicht? so geil ja klar ich hör euch gar nicht sieht gut aus ich schreib dir dann diesbezüge perfekt machen wir so ok ja ich brauche noch deine audiospur meine audiospur? hm hm wie lange ist deine Aufzeichnung jetzt? meine ist schon 47 du bist bei 10 Stunden ich bin bei 6 Stunden aber mein anderer Stream ist davor abgebrochen also eigentlich streame ich jetzt so circa 9-10 Stunden ok bei 6 Stunden ja die 6 Stunden die müsste ich mal zusammen das ist auch schon 2 Jahre alt und das kommt dann geht der Monitor ab und das zeichnet der nicht auf aber jetzt später dann wieder da und habe ich gedacht oh egal dann mische ich das zusammen ne? ja das geht auch ja das war aber ganz lustig let's go ja also es war ne richtig geile Session Leute vielen Dank dafür und war mega ja gerne ja aber ist das erst gespeichert ja ne? ich weiß gar nicht wo der letzte Speicherpunkt jetzt ist I don't know ok ja ich glaube bevor wir Megan besiegt haben oder? glaub schon mhm Herr Rust sieht ja genauso aus ja Rust ist auch halt so ein Survival Game RUFT? ja Rust ja RUFT RUFT nicht RUFT achso RUFT ne RUFT RUFT soll auch gut sein mitgegen RUFT war auch ne okulose Überlebensgame ja ja Leute vielleicht nehmen wir das kann man das auch zu mehr Spiel laden spielen? ja aber ich glaub nur 4 mhm wo wirst du in ein Lobby eingeladen? äh ich glaub ich bin aber dann vermutlich raus ja ich wollte nur eben einmal laden dann können wir mal wo wir sind testen einmal testen weil dann mach ich glaub ich auch schicht den Schacht ja same was? ich hab von nichts verstanden ich hab dich nicht gefunden eben hast du das Spiel rausgemacht? achso ich bin aus dem Spiel raus ich wollte auch für heute Schluss machen ne alles gut ne wir wollten nur was testen wo wir sind wo wir gespeichert haben deshalb wollte ich alle eben mal kurz einladen damit wir das alle sehen achso können wir eben testen ja wo sind wir? in der Höhle jetzt bin ich wieder im Flugzeug ich bin in ne Höhle ich bin auch in ne Höhle hinter uns auch bei den Zeltfotoen gespeichert haben lol ok klasse hab ich jetzt mein ganzes Zeug verloren? ich hab noch meine Sachen alle weil ich auf neu geklickt hab so ja dann fängts von vorne an ich glaube wenn wir das andere entgewinnen können wir halt einfach weiterspielen ok ich versuche euch mal so zu join das müssen wir dann einfach beim nächsten mal probieren ja ok ok dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend dann gehe ich auch raus jetzt ne ja wir auch alles klar alles klar bis denn tschüss tschüss tschüssi 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 tschüssi